Hilft bei der Eliminierung gegnerischer Spieler. Also insgesamt müsst ihr bei 25 Spieler helfen zu eliminieren. Startet zum Beispiel eine Runde Duos, landet dann hier beim Eisbergboot, das Ganze wäre hier auf der Karte. Also hier habt ihr zwei NPCs, Durk und Springflut. Ihr könnt die beiden NPC herausfordern und diese eliminieren, dann hättet ihr bereits schon zwei Gegner geholfen zu eliminieren. Entweder startet ihr dann eine neue Runde, wiederholt das Ganze oder ihr sucht euch Gegner, eliminiert diese. Sobald ihr dann bei 25 Gegner geholfen habt, die zu eliminieren, habt ihr eine Aufgabe erledigt. Leider könnt ihr die Aufgabe in Gruppenkeile nicht erledigen, zumindest bei mir funktioniert es in Gruppenkeile nicht. sobald ihr das?